Woher kommst du? Ich komme aus New York. Das ist cool. Ich komme aus Los Angeles. Warst du in New York? Ja, habe ich. Es ist eine tolle Stadt. Ich würde gerne eines Tages Los Angeles besuchen. Das solltest du. Es hat wunderschöne Strände. Wie ist das Wetter dort? Es ist normalerweise sonnig und warm. Das klingt fantastisch. Wo bist du sonst noch gereist? Ich war in London und Paris. Das sind fantastische Städte, die es zu erkunden gilt. Ich habe die Kunst in Paris wirklich genossen. Hast du den Louvre besucht? Ja, es war atemberaubend. Welche anderen Hobbys hast du? Ich lese und spiele gerne Klavier. Das ist beeindruckend. Ich mag wandern und fotografieren. Hast du irgendwelche Lieblingsbücher? Ich bin ein Fan von Fantasy Romanen. Irgendwelche spezifischen Empfehlungen? Der Herr der Ringe ist ein Klassiker. Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Welche Art von Musik hörst du? Ich mag Pop und Rockmusik. Irgendwelche Lieblingsbands oder Künstler? Ich bin ein großer Fan von Taylor Swift. Sie ist unglaublich talentiert. Auf wen hörst du? Ich höre gerne Kultplay und Edgieren. Sie haben so eingängige Songs. Warst du auf Konzerten? Ja, ich war schon bei ein paar. Wie steht's mit dir? Ich war auf ein paar Musikfestivals. Das muss so viel Spaß gemacht haben. Es war eine tolle Erfahrung. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine jüngere Schwester. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Familie ist wichtig, nicht wahr? Absolut. Sie bedeuten mir alles. Womit verdienst du deine Brötchen? Ich bin Grafikdesigner. Das klingt nach einem kreativen Job. Das ist es, und ich genieße es sehr. Was ist mit dir? Was ist dein Beruf? Ich bin Software-Ingenieur. Das ist beeindruckend. Technologie ist faszinierend. Das ist es, und es entwickelt sich ständig weiter. Hast du irgendwelche Haustiere? Ja, ich habe eine Katze namens Whiskas. Katzen sind so unabhängig und bezaubernd. Sie haben definitiv ihre eigene Persönlichkeit. Was ist dein Lieblingsessen? Ich liebe italienische Küche, besonders Pasta. Pasta ist köstlich. Ich mag mexikanisches Essen. Tacos und Quacamole sind die besten. Kochst du gerne? Das tue ich. Ich probiere gerne neue Rezepte aus. Das ist großartig. Ich bin kein guter Koch. Es ist nie zu spät zu lernen. Du hast recht. Vielleicht probiere ich es aus. Was sind deine anderen Interessen? Ich liebe es, Basketball zu spielen und Filme zu schauen. Basketball kann so aufregend sein. Ja, besonders während der Playoffs. Hast du einen Lieblingsfilm? Es ist schwer, sich zu entscheiden, aber ich liebe The Shoshank Redemption. Das ist ein Klassiker. Das ist ein toller Film. Was ist dein Lieblingsfilm-Genre? Ich mag romantische Komödien am meisten. Sie sind perfekt für einen gemütlichen Abend. Absolut. Auch mit etwas Popcorn. Was ist die abenteuerlichste Sache, die du je gemacht hast? Ich bin einmal Fallschirmspringen gegangen. Es war aufregend. Das klingt unglaublich. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Es ist definitiv ein unvergessliches Erlebnis. Hast du irgendwelche Ängste? Ich habe Angst vor Spinnen. Ich bekomme Schüttelfrost. Ich habe Höhenangst. Es ist ziemlich herausfordernd. Es kann ermächtigend sein, sich unseren Ängsten zu stellen. Du hast recht. Es ist gut, sie zu überwinden. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe die Herbstsaison mit ihren schönen Farben. Der Frühling ist mein Favorit. Alles erwacht zum Leben. Die Natur ist wirklich unglaublich, nicht wahr? Es ist eine ständige Inspirationsquelle. Hast du irgendwelche bevorstehenden Reisepläne? Im Moment nicht. Wie steht's mit dir? Ich plane nächsten Monat eine Reise nach Hawaii. Das klingt nach einem Traumurlaub. Ich kann es kaum erwarten, am Strand zu entspannen. Probiere auf jeden Fall auch ein bisschen Surfen aus. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Was ist deine liebste Art, dich zu entspannen? Ich mache gerne einen langen Spaziergang in der Natur. Die Natur wirkt beruhigend, nicht wahr? Absolut. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen. Das ist wichtig in der heutigen geschäftigen Welt. Das ist es wirklich. Wie entspannst du dich? Ich lese gerne ein gutes Buch oder höre Musik. Das sind großartige Möglichkeiten, sich zu entspannen. Sie helfen mir zu entkommen und neue Energie zu tanken. Was wolltest du schon immer lernen? Ich wollte schon immer lernen, wie man Saisa tanzt. Das klingt nach einem lustigen und energischen Tanzstil. Das tut es. Vielleicht nehme ich bald Unterricht. Ich bin mir sicher, dass du ein großartiger Tänzer sein wirst. Danke für die Ermutigung. Du bist willkommen. Geh deinen Leidenschaften nach. Was ist mit dir? Gibt es etwas, das du lernen möchtest? Ich wollte schon immer Gitarre spielen lernen. Das ist ein fantastisches Instrument. Mach es! Das werde ich. Ich muss nur die Zeit zum Üben finden. Hingabe und Übung werden dich dorthin bringen. Du hast recht. Ich sollte mich nicht von Ausreden aufhalten lassen. Exakt. Folge deinen Träumen und genieße die Reise. Danke für die Motivation, Anna. Gern geschehen, John. Glaube an dich selbst. Das werde ich. Es war toll, mit dir zu reden, Anna. Ebenso, John. Pass auf dich auf und bleib in Kontakt. Das werde ich auf jeden Fall tun. Hab einen wundervollen Tag. Hallo, Anna. Wie war dein Wochenende? Hallo, John. Es war großartig. Ich bin mit Freunden wandern gegangen. Wie steht's mit dir? Mein Wochenende war erholsam. Ich bin zu Hause geblieben und habe Filme geschaut. Das klingt nett. Irgendwelche Empfehlungen? Ich habe einen Science-Fiction-Film namens Inception gesehen. Es ist umwerfend. Oh, ich habe davon gehört. Ich füge es meiner Beobachtungsliste hinzu. Du wirst nicht enttäuscht sein. Die Bilder sind atemberaubend. Ich freue mich darauf. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Also, irgendwelche aufregenden Pläne für die Woche? Ja, ich habe morgen ein Vorstellungsgespräch. Ich drücke die Daumen. Das ist fantastisch. Ich bin sicher, du wirst das großartig machen. Viel Glück! Danke, John. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich werde mein Bestes geben. Ich habe Vertrauen in dich. Du schaffst das, Anna. Ihre Unterstützung bedeutet mir viel. Ich lasse dich wissen, wie es läuft. Bitte, T.U.S. Ich werde dir die Daumen drücken. Ich sende positive Stimmung. Ich weiß es zu schätzen. Ihre positive Energie stärkt mein Selbstvertrauen. Dafür sind Freunde da. Sie unterstützen sich gegenseitig. Absolut. Ich bin glücklich, dich als Freund zu haben, John. Ebenso, Anna. Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Es ist beruhigend, das zu wissen. Danke, dass du immer da warst. Jederzeit, Anna. Wir sind zusammen auf dieser Reise. Das ist wahre Freundschaft. Machen wir das Beste draus. Auf jeden Fall. Auf unsere Freundschaft und zukünftige Abenteuer. Prost darauf, John. Lasst uns jeden Moment umarmen. Einverstanden, Anna. Prost und auf zu neuen Anfängen. Prost. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Hallo, Anna. Wie war deine Reise nach Hawaii? Hallo, John. Es war absolut unglaublich. Die Strände waren atemberaubend. Ich freue mich so, das zu hören. Hast du versucht zu surfen? Ja, habe ich. Es war herausfordernd, hat aber so viel Spaß gemacht. Das ist großartig. Surfen auf Hawaii ist ein wahrgewordener Traum. Das war es wirklich. Ich habe ein paar Wellen gefangen und fühlte mich so berauscht. Ich freue mich für dich, Anna. Gibt es noch andere Höhepunkte der Reise? Ich ging schnorcheln und sah farbenfrohe Korallenriffe und tropische Fische. Das klingt atemberaubend. Die Unterwasserwelt ist faszinierend. Das ist es wirklich. Ich fühlte mich wie in einer anderen Welt. Hast du lokale hawaiianische Küche probiert? Ja, ich hatte köstliche Pokeballs und traditionelles Luau-Food. Lecker! Die hawaiianische Küche ist eine köstliche Verschmelzung von Aromen. Das ist es definitiv. Ich wollte nicht, dass die Reise endet. Das kann ich mir vorstellen. Hawaii ist ein Paradies auf Erden. Das ist es wirklich. Ich hoffe, du kommst eines Tages zu Besuch, John. Das hoffe ich auch. Es steht sicher auf meiner Bucketlist. Du wirst nicht enttäuscht sein. Es ist jeden Moment wert. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Natürlich, John. Freude teilen ist das, was Freunde tun. Absolut. Gemeinsam werden wir mehr Erinnerungen sammeln, Anna. Ich freue mich darauf, John. Lass uns unser nächstes Abenteuer planen. Auf jeden Fall, Anna. Aufregende Zeiten liegen vor uns. Prost darauf. Prost, John. Auf Freundschaft und unvergessliche Abenteuer. Hallo, Anna. Lange nicht gesehen. Wie ist es dir ergangen? Hallo, John. Ich war gut. Wie steht's mit dir? Ich war mit der Arbeit beschäftigt, aber insgesamt läuft es gut. Das ist toll zu hören. Woran hast du gearbeitet? Ich habe im Büro an einem neuen Projekt gearbeitet. Klingt interessant. Worum geht es in dem Projekt? Es ist eine Neugestaltung der Website für einen Kunden aus der Modebranche. Das klingt nach einem kreativen und aufregenden Projekt. Das ist es definitiv. Ich arbeite mit einem talentierten Team. Zusammenarbeit bringt immer die besten Ideen hervor. Absolut. Wir streben ein frisches und modernes Design an. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Viel Glück damit! Danke, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass du auf dem Laufenden bleibst. Das weiß ich zu schätzen. Also, irgendwelche anderen aufregenden Neuigkeiten in deinem Leben? Eigentlich habe ich gerade einen Welten adoptiert. Sein Name ist Max. Oh, wie bezaubernd! Welche Rasse ist Max? Er ist ein Labrador-Retriever. Er ist voller Energie und so liebenswert. Haustiere bringen so viel Freude in unser Leben. Herzlichen Glückwunsch! Danke, Anna. Max ist bereits ein Teil der Familie geworden. Ich bin mir sicher, dass sie viele unvergessliche Momente zusammen haben werden. Ich freue mich darauf, mit Max schöne Erinnerungen zu schaffen. Haustiere haben die Möglichkeit, unser Leben reicher und glücklicher zu machen. Das tun sie wirklich. Sie sind wie ein Sonnenstrahl in unseren Häusern. Gut gesagt, John. Genieße jeden Moment mit Max. Das werde ich, Anna. Danke für deine freundlichen Worte. Du bist willkommen. Wenn du mal einen Hundesitter brauchst, lass es mich wissen. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für das Angebot, Anna. Gar kein Problem. Freunde helfen sich gegenseitig, oder? Absolut. Genau darum geht es bei wahrer Freundschaft. Ich bin froh, dass wir uns als Freunde haben, John. Ich auch, Anna. Unsere Freundschaft bedeutet mir viel. Ebenso, John. Auf viele weitere Jahre der Freundschaft. Prost darauf, Anna. Möge unsere Freundschaft nur noch stärker werden. Prost! Ich bin dankbar für unsere Bindung. Hallo, Anna. Hast du von der neuen Kunstausstellung in der Stadt gehört? Hallo, John. Nein, habe ich nicht. Erzähl mir mehr darüber. Es heißt Expressions of the Soul und zeigt lokale Künstler. Das klingt faszinierend. Ich liebe es, verschiedene Kunstformen zu erkunden. Ich auch. Die Ausstellung zeigt Gemälde, Skulpturen und sogar Fotografien. Ich freue mich auf die Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksformen. Wir sollten auf jeden Fall einen gemeinsamen Besuch einplanen. Was sagst du? Das klingt nach einer wunderbaren Idee, John. Zählen Sie auf mich. Großartig. Ich überprüfe den Ausstellungsplan und teile Ihnen die Einzelheiten mit. Perfekt. Ich freue mich darauf, in die Kunst einzutauchen. Es ist immer wieder inspirierend zu sehen, wie Künstler Ihre Gefühle vermitteln. Absolut. Kunst hat die Art, unterschiedliche Gefühle in uns hervorzurufen. Und es ist eine großartige Gelegenheit, lokale Talente zu unterstützen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Wir sollten Ihre Arbeit fördern und wertschätzen. Auf jeden Fall. Außerdem wird es eine bereichernde Erfahrung sein, gemeinsam über Kunst zu diskutieren. Das ist eines der Dinge, die ich an unserer Freundschaft liebe, John. Ebenso, Anna. Wir finden immer Freude daran, gemeinsam neue Dinge zu entdecken. Das ist das Schöne an unserer Freundschaft. Wir haben gemeinsame Interessen. Und schaffen Sie unterwegs bleibende Erinnerungen. Prost darauf, John. Auf unser künstlerisches Abenteuer. Hallo, Anna. Wie war deine Reise nach Europa? Hallo, John. Es war absolut unglaublich. Ich habe so viele wunderschöne Städte besucht. Das klingt fantastisch. Welche Städte hast du erkundet? Ich war in Paris, Rom und Barcelona. Jeder hatte seinen eigenen Charme. Wow, das sind ikonische europäische Reiseziele. Irgendwelche Lieblingsmomente? In Paris habe ich den Louvre besucht und die Mona Lisa aus der Nähe gesehen. Das muss eine so reale Erfahrung gewesen sein. Was ist mit Rom? In Rom habe ich die antiken Ruinen des Kolosseums und des Forums erkundet. Das ist faszinierend. Rom ist reich an Geschichte und architektonischen Wundern. Und in Barcelona habe ich mir köstliche Tapas gegönnt und die pulsierenden Straßen erkundet. Barcelona ist bekannt für seine lebendige Atmosphäre und seine kulinarischen Köstlichkeiten. Absolut. Ich konnte nicht genug von der lebendigen Kultur in jeder Stadt bekommen. Ich bin so froh, dass du eine so unvergessliche Reise hattest, Anna. Danke, John. Es war ein wahrgewordener Traum. Hast du Pläne für dein nächstes Abenteuer? Ich denke darüber nach, als nächstes Asien zu besuchen. Vielleicht Japan oder Thailand. Beides sind unglaubliche Entscheidungen. Du wirst eine fantastische Zeit haben. Ich freue mich schon auf die einzigartigen Erlebnisse, die mich erwarten. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören, wenn du zurückkommst. Du wirst der Erste sein, der es erfährt, John. Danke für deine Unterstützung. Natürlich, Anna. Dafür sind Freunde da. Ich bin dankbar, dich als Freund zu haben, John. Auf weitere Abenteuer und gemeinsame Erinnerungen, John. Prost darauf, Anna. Möge unsere Freundschaft weiter gedeihen. Prost! Auf die großartigen Momente, die noch kommen werden. Hallo, Anna. Wie war dein Wochenende? Hallo, John. Es war fantastisch. Ich habe ein Musikfestival besucht. Oh, das klingt nach viel Spaß. Welche Künstler hast du gesehen? Ich habe einige tolle Auftritte von bekannten Bands wie Coldplay und Imagine Dragons gesehen. Wow, das ist unglaublich. Ich bin ein großer Fan dieser beiden Bands. Sie waren live absolut fantastisch. Die Energie war elektrisierend. Das kann ich mir nur vorstellen. Musikfestivals haben eine so einzigartige Atmosphäre. Das tun sie wirklich. Das Publikum, die Musik und die gemeinsame Begeisterung, es ist ein Erlebnis wie kein anderes. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich wollte schon immer ein Musikfestival besuchen. Nun, wir sollten auf jeden Fall planen, das nächste Mal zusammen zu gehen. Es wird ein Knaller sein. Das klingt nach einem Plan. Ich bin voll dabei. Großartig. Wir werden unvergessliche Erinnerungen schaffen und zu unseren Lieblingsliedern tanzen und mitsingen. Ich bin dabei, Anna. Ich kann unser Musikfestivalabenteuer kaum erwarten. Es wird episch, John. Wir werden uns großartig amüsieren. Absolut. Auf unsere zukünftigen Festivaleskapaden. Prost darauf, John. Lass uns von der Musik auf unglaubliche Reisen mitnehmen. Hallo, Anna. Wie war deine Wanderreise am Wochenende? Hallo, John. Es war absolut atemberaubend. Ich bin in die Berge gegangen. Das klingt fantastisch. Welchen Weg bist du gewandert? Ich bin den Trail of the Glaciers gewandert. Die Aussicht war absolut atemberaubend. Ich habe gehört, dass es ein anspruchsvoller Weg ist. Wie war die Wanderung? Es war in der Tat eine Herausforderung, aber es hat sich gelohnt. Die Landschaft war beeindruckend. Ich freue mich, dass du eine tolle Erfahrung hattest. Hast du den Gipfel erreicht? Ja, habe ich. Ganz oben zu stehen war ein unglaubliches Erfolgserlebnis. Das ist fantastisch, Anna. Das ist eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Danke, John. Es war ein unvergessliches Abenteuer. Irgendwelche unvergesslichen Momente oder Begegnungen während der Wanderung? Ich habe eine wunderschöne Herde Bergziegen gesehen und sogar einen Weißkopfseeadler gesehen, der über mir schwebte. Die Natur überrascht uns immer wieder. Das müssen unglaubliche Sichtungen gewesen sein. Absolut. Es erinnerte mich an die Schönheit und Kraft der Natur. Wandern kann eine so transformative Erfahrung sein und uns mit der Natur verbinden. Das ist es wirklich. Es vermittelt ein Gefühl von Frieden und Perspektive. Dein Abenteuer inspiriert mich, Anna. Ich sollte bald eine Wanderung planen. Das solltest du auf jeden Fall, John. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Ich werde deinen Rat annehmen. Und vielleicht können wir das nächste Mal zusammen wandern gehen. Das klingt nach einem Plan, John. Wir werden gemeinsam die Wunder der Natur erkunden. Ich freue mich darauf, Anna. Auf noch mehr Outdoor-Abenteuer. Prost, John. Möge unser Geist weiterhin von der Natur genährt werden. Hallo, Anna. Wie war dein Wochenendausflug? Hallo, John. Es war absolut verjungend. Ich ging in ein friedliches Strandresort. Das klingt wunderbar. Hattest du die Gelegenheit, dich zu entspannen und abzuschalten? Oh, auf jeden Fall. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Strand zu faulenzen und zu lesen. Ah, die perfekte Art, neue Energie zu tanken. Irgendwelche guten Bücher, die du empfiehlst? Ich habe einen fesselnden Roman mit dem Titel Der Eichemist von Paolo Köho gelesen. Ich habe großartige Dinge über das Buch gehört. Ich füge es meiner Leseliste hinzu. Es ist eine wunderschöne Geschichte, die die Reise der Selbstfindung untersucht. Klingt nach einer zum Nachdenken anregenden Lektüre. Danke für die Empfehlung. Gern geschehen, John. Ich denke, du wirst es genießen. Also, hast du außer Lesen irgendwelche Wasseraktivitäten ausprobiert? Ja, ich bin schnorcheln gegangen und habe die lebendigen Korallenriffe und die farbenfrohen Fische gesehen. Das muss unglaublich gewesen sein. Die Unterwasserwelt ist so faszinierend. Das ist es wirklich. Es ist, als würde man ein ganz neues Reich der Schönheit betreten. Ich freue mich, dass Sie einen so erholsamen und abenteuerlichen Kurzurlaub hatten. Danke, John. Es war genau das, was ich zum Aufladen brauchte. Wir alle brauchen diese Momente der Ruhe und Entspannung. Das ist wichtig für unser Wohlbefinden. Absolut. Auf uns selbst aufzupassen sollte immer Priorität haben. Einverstanden. Auf mehr Momente der Selbstfürsorge und Ruhe. Prost darauf, John. Mögen wir immer Zeit für Verjüngung finden. Hallo, Anna. Wie war deine Erfahrung als Freiwilligenarbeit? Hallo, John. Es war unglaublich erfüllend. Ich habe das Wochenende in einem örtlichen Tierheim verbracht. Das ist wunderbar. Was für eine Arbeit hast du dort gemacht? Ich half beim Füttern, Pflegen und Pflegen der Tierheimtiere. Das klingt nach einer lohnenden Erfahrung. Hast du dich mit einem bestimmten Tier verbunden? Ja, es gab einen süßen kleinen Hund namens Max. Wir haben uns sofort verbunden. Haustiere bringen so viel Freude und Komfort. Ich bin mir sicher, dass Max deine Fürsorge zu schätzen wusste. Es war herzerwärmend zu sehen, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit die Tiere im Tierheim erhielten. Sie bieten einen sicheren Hafen für Bedürftige. Es ist eine wichtige Arbeit. Absolut. Die Mitarbeiter und Freiwilligen des Tierheims arbeiten unermüdlich daran, etwas zu bewirken. Ich bewundere dein Engagement, Anna. Freiwilligenarbeit ist so selbstlos. Danke, John. Das ist eine kleine Art, etwas zurückzugeben und etwas Positives zu bewirken. Wir sollten erwägen, irgendwann gemeinsam ehrenamtlich zu arbeiten. Es wäre eine bedeutsame Erfahrung. Das ist eine tolle Idee, John. Lassen Sie uns gemeinsam eine Gelegenheit finden, etwas zu bewegen. Ich bin dabei, Anna. Ich freue mich auf unser ehrenamtliches Abenteuer. Es wird unglaublich, John, anderen zu helfen und Freundlichkeit zu verbreiten. Prost darauf, Anna. Mögen unsere Handlungen positive Wellen in der Welt auslösen. Prost, John. Zusammen können wir einen Unterschied machen, ein Akt der Freundlichkeit nach dem anderen. Hallo, Anna. Wie war dein Besuch in der Kunstgalerie? Hallo, John. Es war absolut faszinierend. Die Kunstwerke waren unglaublich. Das ist fantastisch. Welche Künstler waren in der Galerie zu sehen? Es zeigte Werke berühmter Künstler wie Van Gogh, Picasso und Monet. Wow, das sind einige ikonische Namen in der Kunstwelt. Irgendwelche Lieblingsstücke? Ich fühlte mich besonders zu Van Goghs Starry Night und Monets voter Lilies hingezogen. Beides sind Meisterwerke. Die Art und Weise, wie sie Licht und Emotionen einfangen, ist außergewöhnlich. Absolut. Vor diesen Gemälden zu stehen war ein wahrhaft immersives Erlebnis. Kunst hat die Macht, uns in verschiedene Welten zu entführen und tiefe Emotionen hervorzurufen. Das tut es wirklich. Es erinnert an die Schönheit und Kreativität, die es auf der Welt gibt. Ich freue mich, dass du so ein fesselndes Erlebnis hattest, Anna. Kunst kann unser Leben bereichern. Das tut es auf jeden Fall, John. Das erweitert unsere Sichtweisen und befügelt unsere Vorstellungskraft. Wir sollten in Zukunft mehr Galeriebesuche planen. Es ist eine wunderbare Art, gemeinsam Kunst zu genießen. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Lasst uns die Kunstwelt weiter erkunden und neue Inspirationen entdecken. Ich bin dabei, Anna. Auf unsere gemeinsame Liebe zur Kunst und den unendlichen Möglichkeiten, die sie bietet. Prost darauf, John. Möge uns die Kunst auf unserer Reise weiterhin inspirieren und fesseln. Hallo, Anna. Wie war dein Wochenende auf dem Musikfestival? Hallo, John. Es war absolut unglaublich. Die Musik, die Energie, alles war unglaublich. Das klingt fantastisch. Welche Künstler hast du auftreten sehen? Ich hatte die Gelegenheit, einige meiner Lieblingsbands wie Muse und Arctic Monkeys zu sehen. Wow, das sind unglaubliche Bands. Ich bin ein großer Fan ihrer Musik. Sie haben so elektrisierende Auftritte gezeigt. Die Menge tobte. Das kann ich mir nur vorstellen. Musikfestivals haben eine so einzigartige Atmosphäre. Absolut. Die Energie und Kameradschaft unter den Festivalbesuchern sind unübertroffen. Hast du neue Künstler entdeckt, die dir gefallen haben? Ja, ich bin auf eine Band namens The Midnich Travelers gestoßen. Sie waren überraschend fantastisch. Das ist großartig. Es ist immer aufregend, neue Talente zu entdecken. Das ist es wirklich. Ich finde es toll, wie Musikfestivals sowohl etablierten als auch aufstrebenden Künstlern eine Plattform bieten. Ich freue mich, dass du so eine tolle Erfahrung hattest, Anna. Musik hat eine Art, Menschen zusammenzubringen. Das tut es wirklich, John. Das ist eine universelle Sprache, die Grenzen überwindet. Wir sollten auf jeden Fall planen, in Zukunft gemeinsam ein Musikfestival zu besuchen. Das würde mir gefallen, John. Das wird ein unvergessliches Erlebnis. Auf noch mehr musikreiche Abenteuer und gemeinsame Erinnerungen, Anna. Prost darauf, John. Lass uns auf unserer Reise vom Rhythmus leiten. Hallo, Anna. Wie war dein Ausflug in den Vergnügungspark? Hallo, John. Es war ein absoluter Knaller. Die Fahrten waren aufregend. Das klingt nach so viel Spaß. Welche Fahrt war deine Lieblingsfahrt? Die Achterbahn heißt The Thunderbolt. Sie hatte so viele Drehungen und Wendungen. Achterbahnen sind immer aufregend. Ich liebe den Adrenalinschub, den sie geben. Es war definitiv ein adrenalin-geladenes Erlebnis. Ich konnte nicht aufhören zu schreien. Haha, das kann ich mir vorstellen. Hast du andere Fahrten ausprobiert? Ja, ich bin auch mit dem Riesenrad gefahren und habe den Panorama-Blick auf den Park genossen. Das muss eine schöne Pause von den aufregenden Fahrten gewesen sein. Es war ein friedlicher und entspannender Moment, den Park von oben zu sehen. Freizeitparks haben eine so lebendige und lebendige Atmosphäre. Absolut. Das Lachen, die Musik und die Freude in der Luft, das ist ansteckend. Ich freue mich, dass du einen so unterhaltsamen Tag hattest, Anna. Es ist wichtig, loszulassen und Spaß zu haben. Das ist es definitiv, John. Wir alle brauchen diese Momente puren Spaßes und Lachens. Das klingt nach einer fantastischen Idee, John. Das wird ein Tag voller Aufregung und Gelächter sein. Ich kann es kaum erwarten, Anna. Auf weitere spannende Abenteuer und gemeinsame Freudenmomente. Prost, John. Lassen Sie uns den Nervenkitzel genießen und gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen. Hallo, Anna. Wie war dein Wochenende im Wissenschaftsmuseum? Hallo, John. Es war absolut faszinierend. Die Exponate waren umwerfend. Das klingt fantastisch. Was war deine Lieblingsausstellung? Ich war fasziniert von der Ausstellung zur Erforschung des Weltraums. Es war beeindruckend, etwas über das Universum zu lernen. Der Weltraum ist so ein faszinierendes Thema. Die Geheimnisse des Kosmos überraschen mich immer wieder aufs Neue. Absolut. Es erinnert daran, wie groß und geheimnisvoll unser Universum ist. Hattest du während deines Besuchs irgendwelche Baumomente? Oh, auf jeden Fall. Es gab eine Live-Demonstration eines Roboterarms und es war unglaublich, seine Präzision zu sehen. Das klingt beeindruckend. Die Technologie hat einen langen Weg zurückgelegt. Das hat es wirklich. Die Fortschritte in Wissenschaft und Technologie sind umwerfend. Ich freue mich, dass du eine so aufschlussreiche Erfahrung hattest, Anna. Wissenschaftsmuseen sind so wertvolle Orte. Das sind sie wirklich, John. Sie wecken Neugier und Regen zum Erkunden an. Wir sollten in Zukunft mehr Besuche in Wissenschaftsmuseen planen. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Lasst uns unsere Entdeckungsreise fortsetzen und unser Wissen erweitern. Auf weitere ehrfurchteinflößende Momente und die gemeinsame Wertschätzung für die Wissenschaft, Anna. Prost darauf, John. Mögen die Wunder der Wissenschaft uns weiterhin inspirieren und in Erstaunen versetzen. Hallo, Anna. Wie war dein Kochkurs? Hallo, John. Es war eine absolute Freude. Ich habe gelernt, köstliche Gerichte zuzubereiten. Das klingt wunderbar. Auf welche Art von Küche hast du dich konzentriert? Es war ein mediterraner Kochkurs. Wir haben Gerichte wie Falafel, Tabool und Baklava zubereitet. Das ist es wirklich. Die Kombination aus Kräutern, Gewürzen und frischen Zutaten ist einfach herrlich. Hattest du ein Lieblingsgericht, das du gekocht hast? Es ist schwer, sich zu entscheiden, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Falafel zuzubereiten und zu probieren. Es war so knusprig und köstlich. Ich liebe Falafel. Es ist eine leckere und befriedigende vegetarische Option. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, die vegetarische Küche zu erkunden. Kochkurse sind eine unterhaltsame Art, neue Rezepte und Techniken zu lernen. Das sind sie wirklich. Es ist eine praktische Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, in die kulinarische Welt einzutauchen. Wir sollten darüber nachdenken, irgendwann zusammen einen Kochkurs zu besuchen. Es wäre ein lustiges Abenteuer. Das ist eine fantastische Idee, John. Wir können verschiedene Küchen erkunden und zusammen lernen. Ich freue mich darauf, Anna. Auf weitere kulinarische Abenteuer und gemeinsame köstliche Momente. Prost, John. Mögen unsere Geschmacksknospen weiterhin erfreut sein und unsere Kochkünste gedeihen. Hallo, Anna. Hast du den neuesten Superheldenfilm gesehen? Hallo, John. Ja, ich habe es am Wochenende gesehen. Es war voller Action und voller Überraschungen. Das ist großartig. Welcher Superheld stand im Mittelpunkt des Films? Eigentlich war es ein Team-Up-Film. Mehrere Superhelden schlossen sich zusammen, um die Welt zu retten. Ich liebe Team-Up-Filme. Es ist immer wieder aufregend zu sehen, wie verschiedene Kräfte und Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Die Chemie zwischen den Charakteren war fantastisch. Gab es herausragende Momente oder epische Kampf-Szenen? Oh, absolut. Oh, es gab einen entscheidenden Kampf, der mich in den Wahnsinn gerissen hat. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Superheldenfilme bringen immer das innere Kind in mir zum Vorschein. Sie entführen uns in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist eine großartige Flucht aus der Realität für ein paar Stunden. Und es ist erstaunlich, wie diese Filme uns inspirieren und stärken können. Das tun sie auf jeden Fall. Zu sehen, wie Helden Herausforderungen überwinden, erinnert uns an unsere eigene Stärke. Wir sollten einen Filmabend planen und all die Superheldenfilme nachholen, die wir verpasst haben. Das klingt nach einer fantastischen Idee, Anna. Das wird ein Filmmarathon mit Superkräften. Ich bin dabei, John. Auf mehr Filmzauber und spannende Superhelden-Abenteuer. Hallo, Anna. Hast du in letzter Zeit gute Bücher gelesen? Hallo, John. Ja, ich habe gerade einen fesselnden Kriminalroman beendet. Das ist großartig. Worum ging es in dem Buch? Es war ein Psychosriller mit Wendungen, der mich bis zum Ende im Dunkeln hieß. Ich liebe gute Krimis. Hast du es geschafft, das Rätsel vor der großen Entfüllung zu lösen? Ich hatte meinen Verdacht, aber die letzte Wendung überraschte mich. Der Autor hat fantastische Arbeit geleistet. Das ist das Zeichen eines großen Geheimnisses. Das ist aufregend, wenn dich die Geschichte rätseln lässt. Absolut. Es hielt mich auf der Kante meines Sitzes, begierig darauf, die Wahrheit herauszufinden. Gibt es herausragende Charaktere oder unvergessliche Momente? Die Hauptfigur war komplex und faszinierend. Ich fand es toll, wie der Autor seine Psyche erforschte. Charakterentwicklung ist der Schlüssel zu einem guten Buch. Es macht die Geschichte fesselnder. Auf jeden Fall. Ich war in die Reise des Charakters investiert und habe ihn während des gesamten Buches verwurzelt. Wir sollten Buchempfehlungen austauschen. Es ist immer toll, neue Autoren und Genres zu entdecken. Das ist eine fantastische Idee, John. Lass uns eine Leseliste erstellen und unsere Lieblingsbücher teilen. Ich freue mich darauf, Anna. Auf weitere literarische Abenteuer und gemeinsame Momente der Fantasie. Prost, John. Mögen die Seiten unserer Bücher uns in neue Welten entführen und unsere Fantasie befügeln. Hallo, Anna. Hast du die neuesten Sportereignisse verfolgt? Hallo, John. Ja, ich habe über einige der großen Turniere und Spiele auf dem Laufenden gehalten. Das ist großartig. Welcher Sport hat in letzter Zeit deine Aufmerksamkeit erregt? In letzter Zeit mag ich Fußball sehr. Die Intensität und das Können der Spieler sind unglaublich anzusehen. Fußball ist ein aufregender Sport. Irgendwelche Lieblingsteams oder Spieler? Ich habe die Spiele der Nationalmannschaft aufmerksam verfolgt. Es ist etwas Besonderes, sein Land anzufeuern. Ich stimme zu. Das Gefühl des Nationalstolzes bei internationalen Turnieren ist elektrisierend. Und es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedliche Spielstile und Strategien ins Spiel kommen. Auf jeden Fall. Jedes Team bringt seinen eigenen Ansatz in das Spiel ein, was es unberechenbar und aufregend macht. Hast du irgendwelche Sportarten verfolgt, John? Ich habe die Basketball-Playoffs im Auge behalten. Das Niveau der Athletik ist umwerfend. Basketball ist rasant und berauschend. Das Können und die Agilität der Spieler sind wirklich beeindruckend. Es ist immer aufregend zu sehen, wie die besten Teams um den Meistertitel kämpfen. Absolut. Es steht viel auf dem Spiel und die Spiele sind voller intensiver Momente. Wir sollten einen Sportabend planen und uns ein paar Spiele zusammen ansehen. Das klingt nach einem großartigen Plan, John. Wir können die Aufregung und den freundschaftlichen Wettbewerb genießen. Ich freue mich darauf, Anna. Auf weitere spannende Sportmomente und gemeinsame Begeisterung. Prost, John. Lasst uns die Spiele vereinen und uns mit Sportsgeist erfüllen. Hallo, Anna. Warst du in letzter Zeit auf Kunstausstellungen? Hallo, John. Ja, ich habe kürzlich eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst in der Stadt besucht. Das ist wunderbar. Was für ein Kunstwerk hast du gesehen? Es war eine vielfältige Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Installationen. Es war so viel Kreativität zu sehen. Das klingt faszinierend. Ist dir ein bestimmtes Kunstwerk aufgefallen? Es gab ein großformatiges, abstraktes Gemälde, das meine Aufmerksamkeit erregte. Die Farben und Texturen waren faszinierend. Abstrakte Kunst kann so faszinierend sein. Sie ermöglicht Interpretationen und lädt uns ein, unsere eigenen Emotionen zu erforschen. Das ist das Schöne an Kunst. Sie hat die Macht, Emotionen hervorzurufen und den Dialog zu fördern. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Kunst verbindet Menschen und fängt Momente in der Zeit ein. Wir sollten gemeinsam mehr Kunstausstellungen erkunden. Das ist eine großartige Möglichkeit, Kreativität zu schätzen und unsere Perspektiven zu erweitern. Das würde mir gefallen, John. Lass uns in die Welt der Kunst eintauchen und neue Künstler und Stile entdecken. Auf weitere künstlerische Abenteuer und gemeinsame Momente der Inspiration, Anna. Prost, John. Möge Kunst weiterhin unsere Fantasie anregen und unser Leben bereichern. Hallo, Anna. Haben Sie die neuesten technologischen Entwicklungen verfolgt? Hallo, John. Ja, ich habe über einige der aufregenden Fortschritte in der Technologiewelt auf dem Laufenden gehalten. Das ist großartig. Welche Durchbrüche oder Innovationen haben in letzter Zeit Ihre Aufmerksamkeit erregt? Ein Bereich, der mich fasziniert hat, ist der Bereich der künstlichen Intelligenz. Die erzielten Fortschritte sind bemerkenswert. Künstliche Intelligenz ist in der Tat ein faszinierendes und sich schnell entwickelndes Gebiet. Es hat das Potenzial, viele Branchen zu revolutionieren. Absolut. Von autonomen Fahrzeugen bis hin zu Sprachassistenten prägt Kii die Art und Weise, wie wir leben und mit Technologie interagieren. Sind Sie auf bestimmte KI-Anwendungen gestoßen, die Sie beeindruckt haben? Ich war beeindruckt von den Fortschritten bei der Verarbeitung natürlicher Sprache. Chatbots und Sprachmodelle sind unglaublich ausgefeilt geworden. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie Kii menschliche Sprache verstehen und auf menschenähnliche Weise darauf reagieren kann. Es eröffnet Möglichkeiten für einen verbesserten Kundenservice, virtuelle Assistenten und sogar Sprachübersetzungen. Das Potenzial von Kii scheint grenzenlos. Es wird spannend sein zu sehen, wie es sich weiterentwickelt und unser Leben beeinflusst. Auf jeden Fall. Wir leben in einer Zeit des schnellen technologischen Fortschritts und es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Einverstanden. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam die neuesten technologischen Entwicklungen erforschen und kennenlernen. Klingt nach einem Plan, John. Auf weitere Entdeckungen und gemeinsame Begeisterung für die Zukunft der Technologie. Prost, Anna. Mögen wir die Möglichkeiten nutzen und die Macht der Technologie zum Wohle der Gesellschaft nutzen. Hallo, Anna. Hast du in letzter Zeit interessante Fernsehsendungen oder Filme gesehen? Hallo, John. Ja, ich habe mir eine neue Serie angesehen, die viel Aufsehen erregt hat. Das ist großartig. Worum geht es in der Sendung? Es ist eine packende Dramaserie, die in einer kleinen Stadt spielt, in deren Mittelpunkt ein mysteriöser Mordfall steht. Oh, ich liebe gute Krimis. Gibt es herausragende Leistungen oder einprägsame Charaktere? Die Besetzung ist außergewöhnlich, aber es gibt einen Schauspieler, der einen komplexen und rätselhaften Charakter porträtiert. Ihre Leistung ist fesselnd. Das klingt faszinierend. Es ist immer wieder aufregend, wenn Schauspieler ihren Rollentiefe und Komplexität verleihen. Absolut. Das Schreiben und das Geschichtenerzählen sind ebenfalls erstklassig, sodass sie auf Trab gehalten werden. Ich werde es auf jeden Fall überprüfen müssen. Das klingt nach der perfekten Show für einen Wochenendbingerwatch. Ich denke, es wird dir gefallen, John. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle und der Spannung. Wir sollten einen TV-Show-Marathon planen und uns über all die großartigen Serien informieren, die es gibt. Das ist eine fantastische Idee, John. Wir können Snacks essen, es uns gemütlich machen und in fesselnde Geschichten eintauchen. Ich freue mich darauf, Anna. Auf noch mehr gemeinsame Momente voller Unterhaltung und aufregender TV-Entdeckungen. Prost, John. Mögen unsere Bildschirme voller fesselnder Geschichten und unvergesslicher Charaktere sein. Hallo, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys oder Aktivitäten entdeckt? Hallo, John. Ja, ich habe tatsächlich angefangen, Gitarre spielen zu lernen. Das ist großartig. Wie läuft es bisher? Es war eine unterhaltsame und herausfordernde Erfahrung. Ich bin noch in einem frühen Stadium, aber ich genieße den Lernprozess. Das ist toll zu hören. Ein Musikinstrument zu spielen kann so lohnend sein. Auf jeden Fall. Es ist ein kreatives Ventil und eine Möglichkeit, mich auszudrücken. Hast du schon Lieder oder Musikstücke gelernt? Ich habe einige grundlegende Akkorde und Schlagmuster geübt. Ich kann ein paar einfache Songs spielen. Das ist beeindruckend. Es braucht Zeit und Übung, um diese Fähigkeiten zu entwickeln. Das tut es, aber die Fortschritte, die ich mache, motivieren mich. Wir sollten irgendwann eine Jam-Session haben. Ich spiele Schlagzeug, damit wir zusammen Musik machen können. Das klingt nach viel Spaß, John. Ich würde gerne zusammenarbeiten und sehen, wie sich unsere Instrumente gegenseitig ergänzen. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, sich über Musik zu verbinden. Wir können sogar andere Freunde einladen, mitzumachen. Das ist eine fantastische Idee. Lasst uns ein musikalisches Treffen planen und unsere Liebe zur Musik teilen. Ich freue mich darauf, Anna. Auf weitere musikalisch Abenteuer und gemeinsame Momente der Harmonie. Prost, John. Mögen sich unsere Melodien verpflichten und gemeinsam wunderschöne Rhythmen erzeugen. Hallo, Anna. Bist du in letzter Zeit irgendwohin Interessantes gereist? Hallo, John. Ja, ich habe kürzlich einen Ausflug in eine wunderschöne Küstenstadt gemacht. Das klingt fantastisch. Was war dein Lieblingsteil der Reise? Die atemberaubenden Strände zu erkunden und den atemberaubenden Meerblick zu genießen, war definitiv das Highlight für mich. Es ist etwas so Friedliches und Verjüngendes, am Meer zu sein. Absolut. Das Rauschen der Wellen und die frische Meeresbrise beruhigen den Geist. Haben Sie lokale Küche probiert oder bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten besucht? Ich habe mir köstliche Fischgerichte gegönnt und einen historischen Leuchtturm besucht, der einen Panoramablick auf die Küste bot. Das klingt nach einer perfekten Kombination aus Essen und Sichtsee ein. Es muss ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Das war es wirklich. Es ist immer faszinierend, in eine neue Umgebung einzutauchen und etwas über die lokale Kultur zu erfahren. Dem stimme ich voll und ganz zu. Reisen öffnet uns die Augen für verschiedene Perspektiven und erweitert unseren Horizont. Wir sollten irgendwann eine gemeinsame Reise planen, John. Es wäre toll, neue Ziele zu erkunden und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Das ist eine fantastische Idee, Anna. Lass uns mit dem Brainstorming beginnen und es umsetzen. Ich freue mich schon, John. Auf noch mehr Abenteuer und gemeinsame Momente des Fernwehs. Prost, Anna. Mögen unsere Reisen uns an außergewöhnliche Orte führen und unsere Herzen mit Freude und Staunen erfüllen. Hallo, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche interessanten wissenschaftlichen Entdeckungen oder Durchbrüche verfolgt? Hallo, John. Ja, es gab einige faszinierende Entwicklungen auf dem Gebiet der Astronomie. Das ist faszinierend. Welche Entdeckungen haben ihre Aufmerksamkeit erregt? Wissenschaftler haben kürzlich bedeutende Fortschritte beim Verständnis der Dunkelmaterie erzielt, die einem großen Teil des Universums ausmacht. Dunkelmaterie ist in der Tat ein rätselhaftes und faszinierendes Thema. Was haben sie entdeckt? Sie waren in der Lage, die Auswirkungen der Dunkelmaterie mit innovativen Techniken und fortschrittlichen Teleskopen zu erkennen und zu untersuchen. Das ist beeindruckend. Es ist aufregend, Fortschritte in unserem Verständnis des Universums zu sehen. Absolut. Es eröffnet neue Möglichkeiten, die Geheimnisse des Kosmos zu lüften. Gab es noch andere wissenschaftliche Durchbrüche, die ihr Interesse geweckt haben? Ja, es gab Fortschritte bei Genediting-Technologien wie CRISPR, die das Potenzial haben, die Medizin zu revolutionieren. Die Geneditierung ist ein sich schnell entwickelndes Gebiet mit unglaublichem Potenzial. Es könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die Behandlung genetischer Krankheiten haben. Exakt. Die Fähigkeit, Gene zu verändern und möglicherweise Erbkrankheiten zu heilen, ist bahnbrechend. Es ist beeindruckend, die Fortschritte in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen mitzuerleben. Absolut. Es erinnert uns an die grenzenlose Fähigkeit menschlicher Neugier und Innovation. Bleiben wir weiterhin auf dem Laufenden und erkunden wir gemeinsam die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen, Anna. Das klingt nach einem Plan, John. Auf weitere gemeinsame Augenblicke voller Staunen und intellektueller Neugier. Prost, Anna! Möge unser Wissensdurst uns zu neuen Grenzen führen und unser Verständnis der Welt erweitern. Hallo, Anna! Hast du in letzter Zeit interessante Bücher gelesen? Hallo, John! Ja, ich habe gerade einen Roman zu Ende gelesen, der mich zum Nachdenken anreckt. Das ist großartig! Worum ging es in dem Buch? Es war eine Geschichte, die die Komplexität menschlicher Beziehungen und die Suche nach persönlicher Identität untersuchte. Das sind immer faszinierende Themen, die es zu entdecken gilt. Hat das Buch irgendwelche einzigartigen Perspektiven oder Einblicke geboten? Auf jeden Fall! Es befasste sich mit den Tiefen menschlicher Emotionen und porträtierte die komplizierten Nuancen menschlichen Verhaltens. Es klingt wie ein Buch, das zur Selbstreflexion anregt und unser Verständnis von uns selbst und anderen vertieft. Absolut! Es brachte mich dazu, über die Entscheidungen nachzudenken, die wir treffen, und über die Auswirkungen, die sie auf unser Leben und die Menschen um uns herum haben. Das ist die Macht der Literatur. Sie kann uns inspirieren und herausfordern, anders zu denken. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Bücher haben die Möglichkeit, uns in andere Welten zu entführen und unsere Perspektiven zu erweitern. Sind Sie auf andere bemerkenswerte Bücher gestoßen, die Sie empfehlen würden? Ja, es gibt ein anderes Buch, das ich kürzlich gelesen habe, das sich wunderbar mit Themen wie Widerstandsfähigkeit und der Kraft des menschlichen Geistes befasst. Das sind immer inspirierende Themen. Ich werde es auf jeden Fall zu meiner Leseliste hinzufügen. Ich denke, es wird dir gefallen, John. Es ist eine Geschichte, die dich noch lange nach dem Lesen begleitet. Danke für die Empfehlung, Anna. Lasst uns weiterhin unsere Liebe zu Büchern teilen und neue literarische Juwelen entdecken. Absolut, John. Auf weitere fesselnde Geschichten und gemeinsame Momente literarischer Erkundung. Prost, Anna. Mögen Bücher weiterhin unsere Fantasie anregen und eine tiefere Verbindung zur Welt der Worte fördern. Hallo, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Rezepte ausprobiert? Hallo, John. Ja, ich habe in letzter Zeit mit einigen pflanzlichen Rezepten experimentiert. Das ist großartig. Was hat dich dazu motiviert, das Kochen auf pflanzlicher Basis zu erforschen? Ich war aus Gesundheits- und Umweltgründen daran interessiert, mehr pflanzliche Mahlzeiten in meiner Ernährung aufzunehmen. Das ist eine großartige Initiative. Was für Rezepte hast du ausprobiert? Ich habe mit Gerichten wie veganen Pfannengerichten, Burgern auf pflanzlicher Basis und bunten Getreideschollen experimentiert. Die klingen köstlich. Hast du neue Lieblingszutaten oder Geschmacksrichtungen entdeckt? Ich habe es genossen, mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen zu experimentieren, um den Geschmack pflanzlicher Gerichte zu verbessern. Es ist erstaunlich, wie Kräuter und Gewürze den Geschmack eines Gerichts verbessern können. Hast du jetzt irgendwelche Lieblingsrezepte? Ja, ich habe ein paar Rezepte gefunden, die in meiner Küche zu einem festen Bestandteil geworden sind, wie zum Beispiel einen herzhaften Linsen- und Gemüseeintopf. Das klingt beruhigend und nahrhaft. Das würde ich gerne irgendwann ausprobieren. Ich teile das Rezept gerne mit dir, John. Es ist eine großartige Möglichkeit, mehr pflanzliche Mahlzeiten in ihre Ernährung aufzunehmen. Danke, Anna. Lasst uns weiterhin die Welt der pflanzlichen Küche erkunden und unsere kulinarischen Entdeckungen teilen. Absolut, John. Auf köstlichere und nahrhaftere Mahlzeiten, die unseren Körper und den Planeten nähren. Hallo, Anna. Hast du in letzter Zeit interessante Sportveranstaltungen verfolgt? Hallo, John. Ja, ich habe mich über die letzten Fußballspiele auf dem Laufenden gehalten. Das ist großartig. Gibt es ein bestimmtes Team oder einen Spieler, den du genau verfolgt hast? Ich habe die Leistungen eines jungen und talentierten Stürmers verfolgt, der in der Jäger hohe Wellen geschlagen hat. Es ist immer aufregend zu sehen, wie junge Athleten an Bedeutung gewinnen. Was zeichnet diesen Spieler aus? Sie besitzen eine unglaubliche Geschwindigkeit, Agilität und Torschützenfähigkeit. Ihre Leistungen waren durchweg beeindruckend. Das ist beeindruckend. Es ist aufregend, das Aufkommen neuer Talente in der Welt des Sports mitzuerleben. Absolut. Es verleiht dem Spiel neue Energie und Wettbewerbsfähigkeit. Konntest du irgendwelche Spiele live verfolgen oder hast du die Highlights und Updates verfolgt? Ich habe einige Spiele live gesehen, aber ich informiere mich auch über Höhepunkte und Analysen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist großartig, dass wir Zugang zu verschiedenen Plattformen haben, um mit den Sportarten, die wir lieben, in Verbindung zu bleiben. Auf jeden Fall. Es ermöglicht uns, Teil der Aufregung zu sein, auch wenn wir nicht an jedem Spiel persönlich teilnehmen können. Wir sollten einen Sportabend planen und uns zusammen ein Spiel ansehen, Anna. Es wird eine unterhaltsame Art sein, das Spiel zu genießen und unsere Lieblingsteams anzufeuern. Das klingt nach einer fantastischen Idee, John. Lassen Sie uns das Verwirklichen und gemeinsam den Nervenkitzel des Sports feiern. Ich freue mich darauf, Anna, auf weitere spannende Spiele und gemeinsame Momente des Sportvernoms. Prost, John! Mögen die Spiele, die wir uns ansehen, uns Freude, Aufregung und unvergessliche Sportmomente bereiten. Hallo, Anna! Hast du in letzter Zeit neue Musik gehört? Hallo, John! Ja, ich habe in letzter Zeit einige neue Künstler und Genres erkundet. Das ist großartig! Irgendein bestimmter Künstler oder Song, der deine Aufmerksamkeit erregt hat? Ich habe die Musik eines talentierten Indie-Fuck-Künstlers wirklich genossen. Ihre Texte und Melodien sind unglaublich herzlich. Indie-Fuck hat einen so einzigartigen und beruhigenden Sound. Es ist großartig, dass du einen Künstler entdeckt hast, der bei dir Anklang findet. Absolut! Ihre Musik versetzt mich in einen friedlichen und introspektiven Geisteszustand. Gibt es noch andere Genres oder Künstler, die du erforscht hast? Ich habe mich auch mit elektronischer Musik beschäftigt und Künstler entdeckt, die faszinierende Klanglandschaften kreieren. Elektronische Musik kann so vielfältig und experimentell sein. Es ist aufregend, die verschiedenen Subken RES darin zu erkunden. Wir sollten eine Musik-Session planen, Anna. Lasst uns unsere Lieblingslieder austauschen und uns gegenseitig neue Künstler vorstellen. Das klingt nach einer wunderbaren Idee, John. Wir können eine Playlist erstellen, die unseren unterschiedlichen Musikgeschmack repräsentiert. Ich freue mich darauf, Anna. Auf weitere musikalische Entdeckungen und gemeinsame Momente der klanglichen Erkundung. Prost, John! Mögen die Melodien, die wir entdecken, unsere Stimmung heben und einen Soundtrack für unser Leben schaffen.